Ah, war schön, ne? Jetzt könnt ihr noch weiterfrauen. Gitarrenstück, es heißt Erinnerungen. Gitarrenstück 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 Musik 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 Jetzt kann ich an dieser Stelle mal die Band vorstellen. Wir haben an der Gitarre Michael Dommers. Am Bass Detlef Wiedelst. Am Schlagzeug Manni von Bohr. An den Keyboards Tom Plötzer. Und am Gesang Anja Lerch. Und unser Chef natürlich Peter Bursch.